VII Arnes College geschlagene 5 Wochen verbringt Prinz Henglei zu Westerburg nun schon in Lüpero. Eine Zeit großer Langeweile. Als junger Prinz hat man es schwer jemand gleich Ältriges kennenzulernen. Man kann sagen, auch nach all den Tagen hat Henglei keinen einzigen Freund gefunden. Beim Willkommens-Diener-Hyper-CSI wurde zwar vereinbart, dass Herr Old ihn mal eint, seinen Tagesablauf zu begleiten, doch dieser hat sich nie gemeldet. Auch Hypatias Auftritt selbst war eine Einmalvorstellung ob schon man sie jeden Tag mehrmals sieht in den Hauptnachrichten. So ist es nur natürlich, dass Henglei seinem ersten Schultag morgen entgegenfiebert. Was wird ihn da bloß erwarten? Was ist das für ein sonderbares Institut? Alle Lehrmittel werden gestellt. Pro Jahr stehen neue Lehrpläne und Fächer auf dem Programm. Auch die Pädagogen rotieren. Man nennt das Konzept hollierende Stabilität, ein sehr flexibles System um auf neue Ungen zu reagieren. Auch als Henglei seinen Vater direkt darauf anspricht kann dieser nur mit den Augen.